Antrag stellen? Mit Ihrem PC werden Sie zum Beamtenschreck. Tanzen Ihnen Behörde und Beamte mal wieder auf der Nase herum? Das ist heute leider Gang und Gebe. Als Bürger sind Sie in den Augen der Staatsdiener nur ein Mensch zweiter Klasse. Wenn überhaupt. Aber Sie können kontern. Schreiben Sie einen richtigen Antrag. Und mit Hilfe Ihres PCs gelingt Ihnen das im Handumdrehen. Was aber tun, wenn Ihnen ein Beamter blöd gekommen ist? In Ihrer Hochnäßigkeit kanzeln Sie Staatsdiener gerne mal herunter. Sie führen sich auf wie Graf Koks und lehnen zum Beispiel Ihren Antrag ab, obwohl Sie das gar nicht dürfen. Dann zünden Sie einfach die schmutzige Bombe des kleinen Mannes, die Dienstaufsichtsbeschwerde. Auch dabei unterstützt Sie mein Programm, der Antragsmanager. Und ich verspreche Ihnen, Dienstaufsichtsbeschwerden sind der Grund, warum sich Beamte nachts Albtraum geschüttelt und schweißgebadet im Bett wälzen. Mit dem Antragsmanager setzen Sie Ihre Wünsche, Ansichten und Forderungen bei Behörden souverän durch. Anträge sind aus einem besonderen Holz geschnitzt. Denn Beamte müssen ihren Antrag bearbeiten, ob sie wollen oder nicht. Und im Vertrauen, die meisten wollen sie nicht, weil das ja Arbeit macht. Kein Wunder also, dass so ein Antrag einem Beamten Beine macht und dass er, um des Liebens Friedens willen, Ihrem Wunsch ganz besonders schnell entgegenkommen wird. Da ich aber weiß, dass das Schreiben eines Antrags nicht jedermanns Sache ist, habe ich das PC-Programm der Antragsmanager programmiert. Damit schreiben Sie den perfekten Antrag und das gewissermaßen einfach, ohne Spezialkenntnisse oder juristische Fähigkeiten. Sie können sich mit Ihrer Kreativität und PC-Maus in der Hand gegen Behördenwillkür und anderen Auswüchse der modernen Bürokratie verteidigen. Einfacher geht es nicht. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de Beim YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos den direkten Link dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher werden Sie anschauen. Vielen Dank.